ja hallo ihr lieben heute geht es um das thema kreditkarten vergleichen in den letzten videos habe ich selber euch empfehlungen weitergegeben und die beste karte deutschlands ist die advanzia gebührenfrei mastercard gold das ist eine echte kreditkarte ja und diese ist aus luxemburg und es wird keine schufa abgefragt das heißt also dass man auch mit dellen und und negativ schufa hier eine karte bekommen kann mit 1500 euro anfangskredit okay so aber jetzt gehen wir mal hier auf den kreditkarten vergleich bei feinen scout 24 meiner meinung nach der seriöseste anbieter eines vergleiches und das ist die startseite hier den link dazu findet ihr wie immer unten in der beschreibung und hier macht man nichts anderes als ganz einfach nur kreditkarte vergleichen so so und was ihr dann oben seht ist schon genau das was ich euch empfehlen würde und zwar diese beiden karten die amex american express ist in der gold version eine unentbehrliche karte man hat und mal kurz zu erklären ohne jetzt die einzelnen punkte da aufzulisten eine riesen menge an versicherungsleistungen inklusive außerdem ist eine limit erhöhung bei american express ganz ganz unproblematisch ja ihr braucht normalerweise noch nicht mal bescheid zu sagen ihr bekommt ein limit anfangs von 3000 5000 und wenn ihr denn auf 7 8000 10.000 aufstocken wollt überhaupt kein problem anrufe nicht wenn ihr zum beispiel eine größere anschaffung machen wollt zum beispiel ein auto ja und rechts davon sehen wir schon direkt die gebührenfrei mastercard gold von der advancier bank also meine top empfehlung die ist dauerhaft kostenlos lebenslang ja man kann alles kostenlos erledigen außer klar wenn man sich geld leitet um die karte das heißt also bargeld bezüge die werden dann natürlich nach einem gewissen zeitraum und der beträgt sieben wochen bis die rechnung bezahlt werden muss in dem zeitraum braucht ihr nur ganz ganz wenig an zinsen zu bezahlen meistens sogar gar nichts wenn ihr denn dann den kompletten betrag zurückbezahlt oder aber ihr nehmt die zeit die teilzahlung langsam die teilzahlungsmöglichkeiten anspruch und dann bezahlt ihr einen mindestbetrag von drei prozent oder 30 bis 50 euro im monat ja also immer eine bargeldreserve in der hinterhand so und diese karte bekommt wirklich jeder okay so aber die anderen möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten weil hier gibt's tonnenweise manchmal muss ich sagen ist hat bock sache was man noch dazu bestellt aber hier gibt's wirklich alles so und die dkb cash ist auch gut hier rechts hat man jeweils die möglichkeit zum anbieter zu wechseln ich mache das mal für euch hier zum beispiel bei der dkb so schon ist man auf der auf der seite so hier steht direkt kostenlose kreditkarte mit giro konto jetzt eröffnen klicken auch mal drauf und ihr seht ihr müsst hier ein formular ausfüllen und gut ist so warum ich auch noch die advancia gebührenfrei mastercard gold empfehle ist folgendes jetzt ist ganz ganz wichtig ich drücke hier mal auf weiter denn hier gibt's nicht riesen antrags formulare auszufüllen und und hunderte seiten antrag und post ident und so weiter da wir sind jetzt gerade hier beim vorführeffekt er will die seite jetzt nicht laden probieren wir noch mal es ist so ihr braucht kein riesen antrags formular drei seiten und weiß ich was auszufüllen so jetzt sind wir hier sondern lediglich herr frau vorname nachname nationalität vollkommen egal aber wichtig postleitzahl ort straße nummer muss in deutschland sein also der deutsche wohnsitz ist voraussetzung dann noch datum einfüllen tag monat ja wann geboren die e mail adresse und auf ja ich will klicken das war dann so und dann kommt binnen zwei wochen die karte zu euch nach hause wenn ihr das ausgefüllt habt hier und auf ja ich will klickt dann kommen noch ein paar fragen die müsst ihr nicht beantworten aber das dient eurem kreditrahmen ja den ihr anfänglich bekommt so also so was leichtes gibt es gar nicht nach zwei wochen ist die karte da dann müsst ihr die nur noch aktivieren ihr braucht kein post ident ihr braucht kein video ident ihr braucht gar nichts nur hier den online antrag ausfüllen und in zwei wochen liegt die karte im briefkasten so meine lieben dann wünsche ich euch viel spaß erstens mit der kredit frei gebühren frei mastercard gold karte ist ein absolutes muss eben weil sie auch lebenslang kostenlos ist hier seht ihr mal ein paar features da und beste kreditkarte laut dem handelsblatt also das soll schon mal heißen ja also viel spaß beim shoppen mit eurer neuen amex demnächst und der mastercard gold hier von der advancia oder mit welcher karte auch immer so bis dann alles gute euer bernd